Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, Kanal-Infobild, Fresse-Cam, ja, ein Außer-der-Reihe-Video, gestern Nacht schon ein Außer-der-Reihe-Video, nachts um 2 Uhr oder halb 3. Ja, Just, wir haben ein Problem, und zwar hat es unseren Dr. Dr. Percy, den ihr wahrscheinlich alle kennt, weil der gehört zu meinem Kanal quasi wie ich selbst, dem hat es am Freitagnacht nach dem Stream irgendwann zu später Stunde die Grafikkarte zerlegt. Wir waren im Discord, ob mein Blut weg war, so, weg war, hat dann eine Ewigkeit gedauert, und dann hat er über das Handy geschrieben, oh, Rechner war auf einmal aus, naja, da war es auch schon arschspät, gut. Am Samstagmorgen hat er dann dieses Bild gepostet, das war mal seine Grafikkarte, das war eine GeForce GTX 980 Ti, ja, schönes Gerät, Altmetall, ja, mehr ist es im Moment nicht. Ja, jetzt ist die Sache, ist wie gesagt die, wir werden Mittwoch ohne Percy streamen müssen. Das hat es noch nicht oft gegeben in den drei Jahren, wo ich das hier mache auf YouTube. Die Sache ist jetzt die, Percy hat in den drei Jahren noch nie irgendetwas verlangt von mir. Der war immer da, der hat sogar letzte Tage, als keiner Zeit hatte, extra den LS wieder installiert. Der hatte gar kein LS mehr, der hatte irgendwie einen Plattencrash gehabt, und, ja, dann war LS weg und hat gedacht, ach komm, jetzt der 19er kommt ja auch bald und ich bin ja auch durch mit dem 17er. Tja, war keiner für mich da im Stream, zack, neu installiert. Also, ist nicht ganz ohne, der Mann. Der hat auch so andere lustige Sachen gemacht, hier mit Andy zusammen, zum Beispiel eine Facebook-Seite für mich, ne, also das ist hier mein Kanalbild, das ist noch das ganz alte Kanalbild, da hatte ich noch kein, also da bin ich auch schon mal angefangen, YouTube Videos zu machen, das ging immer nicht wegen meiner Leitung, ich habe das schon tausendmal erklärt. Ich hatte so schlechtes Internet, da ging kein YouTube. Das war halt eine Multiplayer-Geschichte, das war vor Percy. Ist auf der Two Rivers Wings entstanden, die wir damals gesuchtet haben, wie die gestörten. Egal, ich schweife ab. Ja, so eine Facebook-Seite, also ich bin gar nicht bei Facebook, aber ihr kennt das, der Wendell, die A-Cookies, ganz wichtig. Meine YouTube-Studios, das sind die alten YouTube-Studios, mittlerweile hat sich das geändert. Ich habe nur noch dieses Laptop, ist jetzt mein Streaming-Laptop und ich habe da hier dann einen Tower-PC und drei gleiche Monitore. Dieser Monitor hängt jetzt oben drüber und so. Ich habe da noch kein neues Bild von gemacht. Aber im Prinzip sind das meine YouTube-Studios. Hier entstehen Diego's Videos und hier kümmert sich der Percy drum, dass die Links angezeigt werden etc. pp. Hier könnt ihr dann auch Nachrichten hinterlassen und so weiter und so fort. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe kein Facebook. Das hat Percy gemacht, zusammen mit dem Andy. Dann haben wir noch Discord natürlich. Wir haben mittlerweile zwei Discords. Discord kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil da Sachen sind, die vielleicht nicht jeder sehen soll. Ich weiß nicht genau. Ich bekomme natürlich viele Nachrichten und habe auch eventuell Kontakt zu Leuten. Lassen wir das mal weg. Aber ihr kennt Discord, findet ihr auch auf der Seite. Und zwar, das ist das Discord hier. Das ist der Link. Euer Discord. Das andere ist unser Discord. Das ist ein privates Discord. Das war früher, war das Discord von Percy, war das Hauptdiscord. Mittlerweile benutzt wird dieses Discord. Kann man draufklicken, bekommt man halt einen Einladungslink. Und dann kann man sich da anmelden. Hier habe ich noch einen Twitch-Kanal. Habe ich gestern hier arg gestreamt, wie einen gestörten. Ich finde das immer toll, dass der eine komplette Tonspur nachher weg ist. Deswegen labere ich auch nicht, weil ich höre Musik auf Twitch, also auf Twitch ist ganz anders. Kann man kurz reinhören. Das haben sie nicht gesperrt, komischerweise. Na, ist egal. Danach war auch noch hier Waving the Guns und so. Aber naja, ist egal. Sowas mache ich halt auf Twitch dann. Findet ihr, wie gesagt, auch auf meiner Seite. Und auf der Seite findet ihr einen Link zu TipiShare. TipiShare kann man, ja, das ist die Seite. Also wenn ihr den Link anklickt, kommt ihr auf TipiShare. Das ist im Prinzip dasselbe Foto wie auch auf Facebook. Und da kann man spenden. Und ganz neu sind jetzt zwei Sachen. Hier hat sich der Text geändert. Und zwar brauchen wir für Persi eine neue Grafikkarte. Ich habe gestern spät noch tief in tiefer Nacht noch mit zwei Teammains sprechen können. Das ganze Team war noch nicht versammelt. Wir sind da zu dem Schluss gekommen, 8 GB Arbeitsspeicher muss sein auf der Grafikkarte. Und dann wird das so langsam spannend bei einer 1070 Ti. Die gibt es für 500 Euro, gibt es auch ein bisschen billiger. Wenn wir es nicht schaffen, 500 Euro zusammen zu bekommen, dann gibt es halt weniger. Aber Ziel ist erstmal für 500 Euro. Also ich habe eben auch schon Angebote gesehen, für gar nicht viel mehr Geld gibt es dann schon eine GTX 1080 ohne Ti. Ist auch okay. Wir müssen gucken. Hier hat sich noch was weiteres geändert. Ihr könnt jetzt per PayPal spenden. Normalerweise habe ich PayPal nicht freigeschaltet. Und was richtig nice ist, ich habe ja dieses Video mitten in der Nacht hochgeladen. Das war dann, nachdem ich alles vorbereitet hatte soweit. Hatte ich das schon direkt in die Videobeschreibung reingeschrieben. Und es hat wirklich schon jemand gespendet. Also ganz, ganz liebes Dankeschön an Manni. Ansonsten, die Namen sind anonym. Ihr werdet also, ich habe hier, ich sehe das so oft typisch. Also ich sehe nur das, was ihr da reinschreibt. Wenn ihr da reinschreibt, Jesus, dann denke ich, Jesus hat gespendet. Aber er hat halt einen Nickname eingetragen, der mir geläufig ist. Und normalerweise, also die anderen sind anonym, sagen wir es mal so. Ich möchte das nicht, dass da so ein Highscore gemacht wird. Boah, der hat 3 Euro gespendet. Ich spende 3,50 Euro. Nein, das wollen wir nicht. Wenn einer einen Euro geben möchte. Also ich sage, wenn 500 Leute einen Euro geben, ist alles easy peasy. Wir können aber jetzt auch nicht 8 Wochen warten. Percy hat keinen Rechner. Und er hat auch nichts anderes. Der hat nur seinen Rechner. Ja, und, ähm, also ich wünsche mir, dass wir, also ich werde das Ding dann, sobald ich genug Geld habe, werde ich das Ding bestellen. Ich habe seine Adresse. Ich werde das direkt zu ihm liefern lassen. Ähm, kann das Ding dann direkt einbauen. Und ich hoffe, dass er dann am Freitag im Stream wieder bei uns ist. Und wie gesagt, wenn wir keine 500 Euro zusammenkriegen, dann wird es halt was weniger werden. Nur, ich habe halt, ich habe halt mal, also geguckt, generell erst mal 1080, 1070 Ti. Ja, die ist schlechter. Ja, die ist aber auch billiger. Ja, das ist ja immer, du kannst ja für mehr Geld auch mehr bekommen. Aber, ja, irgendwo muss man auch mal eine Grenze machen, ne. Klar, eine 280 ist noch geiler, ne, oder 2080, ne. Ähm, wie gesagt, ich habe einfach nochmal nach 8 Gig, ähm, Grafikkarten ein bisschen gegoogelt. Und, äh, da gibt es ja, äh, das ist ja eine große Auswahl. Diese hier zum Beispiel ist mir ins Auge gefallen. Da habe ich dann mal geguckt. Und da gibt es dann zum Beispiel eine mit drei Displayport-Anschlüssen. Ähm, also die würde ich wohl sagen, das ist durchaus, also ich meine, der Percidier braucht das, ne. Also, ihr wisst, Grafikkarten-Arbeitsspeicher ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Grafikkartenspeicher. Ganz wichtig. Und bei 8 Gig wird es langsam interessant. Ich weiß, die Neueren haben noch mehr. Aber man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir sind zwar ganz viele. Und wenn jeder einen Euro spendet, ist es, tut dem Einzelnen ja nicht wirklich weh. Aber irgendwo muss man auch mal eine Grenze setzen. Ich meine, wenn wir das schaffen und wir kriegen Geld für eine 1080 Ti, verbrate ich dem auch eine 1080 Ti. Da habe ich kein Problem mit. Und ich habe auch noch nichts gespendet quasi. Ich kann ja auch noch ein bisschen was spenden. Ich habe auch mit meiner Frau, hier, das ist übrigens das, auch hier eine 1080, gibt es dann schon für nur 130 bei Amazon. Also, es kann auch eine 1080 werden, wenn wir 530 Euro zusammenkriegen. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon, was es im Endeffekt geben wird? Wir können halt nur nicht 100 Millionen Jahre warten und dann sagen, ja komm, wir machen nochmal einen Aufruf und nochmal bitte, bitte. Und nein, wir machen jetzt, diese Woche machen wir jetzt Aufrufe. Entweder kriegen wir das jetzt geschissen, dass wir alle zusammenhalten oder halt nicht. Ich kann es ja nicht ändern. Ich hatte am Anfang auch, als ich das dann gesehen habe und auch hier das Foto gesehen habe, natürlich erst mal gegoogelt. Und ja, eine 1080 Ti kostet ungefähr 800 Euro. Ich habe meiner Frau das gesagt. Ich so, Percy, Grafikkarte im Arsch und so und wir brauchen eine neue Grafikkarte. Ja, was kostet die? Ja, ich sage ja so, 800 Euro wird das langsam interessant. Hat sie mich hingeguckt? Das ist Hammer oder was? Gut, meine Frau kennt jetzt den Percy nicht, nur ich kenne meine Frau jetzt seit 25 Jahren. Und wenn die so reagiert, dann brauche ich da auch nicht nochmal mit ganz lieb gucken oder so. Ist dann halt nicht. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir sind ganz viele. Dann mache ich es halt nicht alleine. Wenn ich da ein bisschen was beitue, das merkt meine Frau nicht. Was soll denn, sie guckt mal ein Video. Aber ein bisschen was dabei tun, ist ja auch was anderes, als wenn ich jetzt 800 Euro von unserem Gemeinschaftskonto nehme, um Percy noch eine Grafikkarte zu kaufen. Kann ich auch nachvollziehen. Wäre ich auch sauer, wenn sie das quasi machen würde. Also wenn sie sagt, ach ja, die Lisbeth ist schon eine gute. Hat hier Sonntagsgeschirr zerdülmert. Ehe, Streit, ganz schlimme Geschichte. Die brauchen Neues, kostet 1000 Euro. Würde ich auch sagen, Frau, die Lisbeth ist eine liebe Frau. Aber ey, ihr versteht das. Also man muss wirklich beide Seiten verstehen. Gut, meine Frau weiß jetzt nicht, was Percy für mich persönlich bedeutet. Und was er für uns alle schon geleistet hat. Also ist ja wirklich omnipräsent, der Mann. Der versorgt mich mit Informationen. Der kümmert sich um den ganzen Scheiß im Hintergrund. Und wie gesagt, er hat sich nie beschwert. Er geht schmerzverzerrt teilweise, zieht er sein Ding durch. Und er ist immer da, wenn man ihn braucht. Und jetzt braucht er einmal uns. Und ich möchte, dass wir alle zusammenhalten und einmal für ihn da sind. Diego ist draußen. Doppel Peace. Habt euch lieb. Doppelb Vielen Dank.